Hey und Leute, Bardo hier und willkommen zu einer weiteren Folge von G-Romant3Dash. Ich spiele wieder mal ein paar von euren Leveln. Im letzten Part wird eben gesagt, ich sollte das erste Level noch einmal machen, weil es irgendwie so einen Hyper-Modus gibt da oben. Alter. Und, oh, oh Gott. Jedenfalls, spiele ich wieder eure Level. Und, ähm, wenn ich eure Level spiele, dann bin ich am meisten relativ ruhig. Mord dich am waiten. Guck mal hier rein. Falls du lenken solltet, bitte den Low Detail schon so nehmen. Einfach geil, Musik, super, cool, 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 okay. Guck mal rein. Insane ist das vom Rang. Äh. Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn? Hey. Fuck. Fuck. Ich gehe jetzt da durch, wo die Münze ist. Yes. Äh. Okay. Ich, ich, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Fuck. Ich verstehe gar nichts. Oh. Hm. Hm. Fuck. Mittig bleiben? Okay, bin erst mittig. Got it. Got it. Got it. Auch mittig? Okay, immer mittig bleiben. Immer mittig bleiben. Got it. Got it. Got it. Ja, okay. Ich verstehe gar nichts. Witzig. Fuck. Fuck. No. Nope. Nope. Ich kann, ich kann im Custom. Ich will viele Level zeigen im Custom. Das ist super. Aber es ist zu schwer, um jetzt noch andere Level zu zeigen. Deswegen berecht es ab. Ich werde es beim nächsten Mal ganz probieren. Ich werde es probieren. Und beim nächsten Part würde ich nur versuchen, dieses Level zu spielen. Jetzt macht es keinen Sinn. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 70 Versuche gebraucht und bin dann bis 8% gekommen. Wcf. Also Moons Level. Okay, nichts Level. Das habe ich schon 1% vom selben Macher. Es ist jetzt nur hart. Das habe ich schon 1% gespielt. Mal sehen, was passiert, wenn der Typ ein Level macht, was nur... Wenn er ein Level macht, was nur hart ist und nicht mega... Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgegangen ist. Ich habe mal gemerkt, dass ich geswitcht bin. Wann switche ich denn? Ach, da oben. Okay. Okay, ich habe es doch bestimmt. Das ist jetzt nur hart. Vom selben Level Macher wie eben. Wenn der sagt, ich mache jetzt nur ein hartes Level und nicht ein mega hartes Level. Finde ich bis jetzt noch fair. Bis jetzt ist es fair. Yes. Nein! Yes. Fuck! Ey. Ey, ich bin doch... Ja. What? Was zum Teufel? Was geht hier gerade ab? Oh. Shit. Nein, ich bin verreckt! Aber was war das? Wie awesome! Wie fucking awesome! Okay, ich habe mir gerade überlegt. Ich werde den nächsten Part... Werde ich ein... Eater Warlords... Ich weiß nicht, wie man es auch... Eater Warlords, glaube ich richtig. Da werde ich nur seine Level spielen. Versuchen die zwei Level da zu schaffen. Einmal Bardor und Bardor 2. Ich finde die beide super. Wirklich super. So, jetzt... Oh! Auto Short! Ist das ein Auto Squaller? Ein Auto Level! Oh! Das kriegt schon jetzt erst mal instant einen Daumen hoch. Ich hatte im letzten Part gesagt... Also im letzten Custom Part gemacht, dass ich ein paar Auto Level cool finden würde. Und es hat wirklich 1 a 1 gemacht. Oh! Das wird jetzt einfach... Da muss ich nichts drücken. Das ist so schön. Das ist so befriedigend. Nicht drücken zu müssen, wenn es klappt. Ist das eigentlich schwer, die Auto Levels zu machen? Warte, Roboter. Das ist der scheiß Roboter, ne? Ich glaube, die sind gar nicht so einfach, die Auto Level, oder? Da muss das ja alles voll feintunen, dass das läuft. Hey! Das ist das cool! Und ich habe das Level geschafft, tatsächlich. Impressive! Impressive, sagt das Spiel. Yes! Warte, war so impressive Level. Ach, schön, Auto Level. Okay, nächste... Hab ich schon gemacht? Hab ich schon gemacht? Hab ich schon gemacht? So, zweite Seite. Äh... Hab ich das schon gezeigt? Ich glaube, das habe ich noch nicht gezeigt. Ich werde es jetzt zeigen. Ich glaube, ich habe es wirklich noch nicht gezeigt. Ich weiß nicht, warum ich hier 14% habe. Ich werde es einfach genießen, was da abgeht. Und hoffen, es zu schaffen. Und ich habe es nicht geschafft. Damn it! Yes! 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 War es so gedacht? Ich war... Nein! 43%! Ich wusste... Die Hälfte der Zeit wusste ich nicht, was ich gemacht habe. Und es hat geklappt. Das ist sehr gut. Oder schlecht. Fuck! Ich glaube, es ist einfach... Okay, okay. Yes! No! Wie bin ich denn das erste Mal da durchgekommen? Wie... Wie... Okay, letzter... Ich will es nur einmal... Letzter Versuch. Fuck! Nein! So, jetzt letzter Versuch. Letzter Versuch. Okay, danke Bado und alle anderen, die das Levio gespielt haben. Mein YouTube-Kanal... Dasher HD. Schauen wir uns das mal an. Bitte nicht bewegen. Es ist ein... Ein Auto-Level! Okay. Das ist auch, glaube ich, das letzte Level, was ich heute zeige. Oh, ein Auto-Level. Wie jeder mein Herz erobert, in dem er einfach ein Auto-Level macht. Weil ich da zu einem Prozent weiß, wie ich das schaffen werde. Bei allen anderen so... Oh, ein Auto-Level. Oh, ein Auto-Level. Oh, oh, danke Bado. Oh, ein Auto-Level. Und der Song war schon. Der Song war wirklich schon. Oh, pretty good. Okay. Ich würde sagen, wir werden dieses Video mal als Kampfansage an diese zwei Level... Und diese zwei Level werden wir im nächsten Part zerstören. Mindestens 60, 70, 80 Prozent mindestens auf beiden Level. Wir werden die sowas von in den Grund und Boden spielen. Auch wenn jetzt eine Insane ist und eine Harder ist. Fuck, wir werden es einfach zerstören. Und sage an diese zwei Level, beim nächsten Mal werden die es zerstören. Und dann sage ich zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Und ciao.